wir leben ja in einer wissensgesellschaft heißt es zu recht nur ihr erfolg ob persönlich oder für ihr unternehmen ist immer die summe aus wissen und handeln haben wir wirklich ein wissensprobleme in unseren unternehmen nein wir haben ein umsetzungsproblem die trennung zwischen denken und handeln zwischen management und arbeit hat schon eine über 100 jährige tradition in der westlichen welt früher war es das erfolgsrezept heute aber ist es zum größten hemmnis von unternehmen geworden auch wenn sich das noch längst nicht alle eingestehen wollen wie können wir sie schließen die umsetzungslücke wie werden wir von bescheidwissern zu handelnden können welches unternehmerische umfeld befeuert lernen und aktion wirklich wie können sie der projektfalle dauerhaft entfliehen für diese fragen liefert mein neues hörbuch antworten wissen ist gut aber er erst machen macht besser umsetzungsstrategien für exzellente führungskräfte